und auch gottes wird hier so weiter gehen moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen folge lsbfa heute mal mit einem fahrzeugwunsch vom lieben lukas und zwar den turan 2016 von topmod haben wir gleich schon einsatz ok doch nicht deshalb gut viel danke dafür auf jeden fall fahren wir damit heute mal auf streife mal schauen was dann so abgeht ich warte mal auf nächsten einsatz und da haben wir schon einen einsatz fahrradfahrer auf dem auf der autobahn da fahr ich schnell hin und übrigens habe ich eine neue grafik mod nve finde ich recht geil schreibt auch mal eure meinung dazu und was am anfang vergessen hat vergesst natürlich nicht zu liken abonnieren und die glocke zu aktivieren und schreibt auch sehr gerne kommentar für den algorithmus auf jeden fall gebe ich mal stelle damit wir das dem bike hinterher kommen und wir sind uns dann wenn ich das fast habe so oder vorne soll der fahrer fahrer auf jeden fall sein versuchte mal anzuhalten halt mal an schon mal eine unit dazu halt mal ankommen ist unsicher für dich junge was machst du stehen bleiben polizei polizei stehen bleiben sofort stehen bleiben stehen bleiben polizei ist nicht lustig ich hab keinen bock zu laufen ich hab keinen bock auf sport naja kollegen schaffen wir auch wieder richtig viel ich glaube ich will noch mal eine unit komm kollegen macht auch mal was aber ganz kurz das menü gesehen macht auch mal was kommt runter auf den boden runter auf den boden und nicht schon wieder das alter junge was machst du hier oder ich halte mal schnell den traffic hier an na da kann ich den dann so festnehmen halte ich den gerade an ja gut kollegen verhaftet ihr den ja macht ihr bestimmt so gut die kollegen kümmern sich darum verhaften den ich laufe mal zurück so übrigens das üppi was hier benutzt ist von max designs ist denke ich mal nicht unverlinkt weil ich es vergessen werde zu 100 prozent weil das video nehme ich um 0 auf und ich werde es um paar tagen schneiden deswegen da vorne ist ja noch das fahrrad die frage ist kann ich das jetzt abschleppen lassen und der wagen ist von top mods die top mod seite findet ihr auf jeden fall unter video das werde ich nicht vergessen da will ich noch kurz warten bis jetzt der abschlepper ist dann werde ich die kohle legen die frage ist wie sieht das aus wenn das fahrrad mit nimmt oh mein gott sieht das bescheuert aus wir sehen uns dann beim nächsten einsatz wieder da haben wir schon einsatz und zwar also ich weiß nicht genau was mir wurde einfach einer mitgeteilt wir beeilen uns aber mal lieber jetzt ist zwar co2 aber vielleicht ist ja doch was schlimmeres und die kollegen stehen da immer noch im block in die straße wirklich schlau das war knapp das war richtig knapp so angekommen auf jeden fall mal schauen was hier abgeht so ein klasses auto mal laufen vielleicht etwas wichtiges hallo nein ich bin polizist das lassen sie lieber schönen tag noch ähm hallo wie kann ich ihnen helfen achso ne andersrum ja sie hat gefragt achso ist so ne rührsteuerung ja wir sind gerufen worden weil sie hier ne party wohl machen und sie ganz schön laut sind achso ist ihre schwester 18 geburtstag und das ist nur ein tag ich verstehe es aber das sollte trotzdem nicht so laut sein machen sie es bitte leiser ja dankeschön ne nice party noch tschüss tschüss schon ist die wieder weg gut dafür jetzt kurz drei anzufahren war jetzt nicht so bitte verpasst mich nicht das wäre sonst sehr du für mich ich fahre mal weiter bis gleich so da habe ich gerade einen einsatz gekriegt da soll irgendwas brennen aber jetzt natürlich das runter perfekt kaum auch schneller da fahre ich sehr sehr schnell hin weil warum auch immer das auto liegt bei mir nicht ich habe irgendwas falsch gemacht schauen was hier ist aus autos anfeuer so dann werde ich hier ganz schnell mal das feuer department holen also die folge danke fürs überfahren danke jetzt brennt nämlich das nächste und auch gottes wird so weitergehen ich als polizist hätte das natürlich verhindern können können das wort steht auf können ich habe es aber nicht getan also dankeschön fürs hier danke jetzt kümmere ich mal darum schafft ihr das allein oder soll ich noch eine feuerwehr rufen ich glaube ich rufen auf jeden fall kann dann haben wir uns noch dahin kommen sie schon auch kommt medics ernsthaft ich versuche mir schnell erste hilfe und die medics lassen sich das sehr sehr viel zeit ich muss den medics helfen tut mir leid er ist doch meistens zwei gespawnt also natürlich ist mir egal wenn das kann auch drei spawn jung ich habe den geholfen junge bin ja krass also der hilfe werden hilft dem hör auf auch gott danke gut dann kann ich hier schon mal anfangen obwohl noch nicht noch sind hier die medics am arbeiten jetzt lasse noch nicht abschleppen das war's dem kannst du nicht helfen aber ich finde für eine corona unit tut mir jetzt ein bisschen leid für die ne auch jetzt macht ihr alle eure sirenen oder was gut wenn ihr fertig seid lasse ich nämlich mal abschleppen aber jetzt habe ich mich verdrückt soll hier noch ein abschlepper jemand runter jemand hast du es von dahin wahrscheinlich die person hier noch ein abschlepper und dann habe ich hier noch ein dann war es das glaube ich da gebe ich hier erstmal kurz den traffic control wieder frei damit hier auch die ganze abschlepper reinkommen der kollege kannst auch mal absperren mit dem auto ne also hier rechts steht auch das habe ich noch nicht gemacht kommt kann fahr weiter aber nicht über die leichten statt dass du den an deiner anhängerkupplung was also mal gucken wo bleiben die corona units war auf jeden fall wieder richtig gut alter fahrt euch hier nicht alle die karren zu schrott das übernimmt deutschland nicht oder er gesagt berlin gut nicht was machst du da nachkommen habe ich jetzt ernsthaft kein abschlepper für angefordert gilt bei explosion wurde sind ja doch gar nicht so und schlau wie ich dachte ich dachte immer die wände gut dann fahr ich mal weiter so da kann gerade noch einsatz rein da braucht wohl ein kollege oder so hilfe bei dem traffic stop warum auch immer er das nicht selber schafft natürlich auf der anderen seite das heißt noch mal umdrehen da vorne die haben auch schön sirene an kann man auch noch unnötiger machen na gut ich bin jetzt auch nicht gerade perfekt danach könntest mal ausmachen ich bin nicht angefahren ja auf den anzufahren anzufahren vorliegen hallo danke dass ich so klar bin ich schnell gekommen was los die person fährt etwas komisch ich hab mal eine person ja gut okay klar kann ich warum sind ja ich gefühlt alle zwei tage neue mitarbeiter guten tag ich hätte alle ge- deutsch ich hätte gerne mehr er ich kann nicht mehr reden bitte einmal ihre dokumente dankeschön ich werde sie einmal schnell überprüfen haben wir bitte jason mars geboren 6er 9er 1980 überprüfen und ebenfalls sein fahrzeug ein primo mit dem kennzeichen 46 ee k 572 bitte passt alles ähm haben sie was getrunken machen sie mal einen alkoholtest dankeschön kommen sie mal raus ich will sie mal durchsuchen haben sie bestimmt nichts sagt ja gut man kann auch so aussteigen drinnen sich mal um ich werde sie einmal durchsuchen gut hier scheint alles okay zu sein dann tut es mir leid und sie dürfen weiterfahren okay warum ich warum auch immer ich den jetzt beleidige kann ich jetzt nicht genau verstehen also hier war alles okay ich hab den durchsucht da war auch alles okay deswegen habe ich den weiterfahren lassen tschüsschen tag wünscht ihr noch bitte code 4 stellen alle weiterfahren sie mit dem auto wie das aussieht ich warte jetzt noch mal auf einen letzten einsatz so da haben wir gerade einen einsatz bekommen von aliens und junge das sind ja wirklich aliens was machen die greifen mich an was machen die hallo hallo was war das lol ich glaube ich brauche hilfe gut gruselig ach komm die verhaftung machen wir noch einmal heins goart so ich glaube ich glaube wenn ich einen Fallschein gegeben habe wäre jetzt feinlich gut gesucht in irgendwas dann verhaften wir den auch mal aber ist dann auch wirklich das letzte was wir heute machen hier parken und dann irgendwie man wohnt da rechts glaube ich ich habe wohl ganz schön viel stress alle hier habe ich schon mal jemanden verhaftet packe ich einfach mal hier dann schaue ich mal wie man ist dann sitzt er wohl hier rechts ne günter und nee das machen wir ganz ganz kurz ich habe darauf gar keinen bock wegzulaufen weil sport ist sport und warum läuft dann medic fanden die medic sinne um bitte 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 oh medic ihr seid so toll ne so verhaftet kommen sie mit ich werde sie nehmen guck mal wie weit wir jetzt laufen müssen ihretwegen wenn sie sich gleich hätten verhaften lassen müssten wir jetzt nicht verlaufen alle hat ihre schuld dann mal rein da perfekt hä was war denn jetzt los jetzt kommen rinder junge dann halt nicht dann macht das ein kollege ich hätte sie gefahren jetzt werden sie gequält mit dem fahrzeug von dfl darf er gefahren werden dann wird er doch nicht gequält du rund ähm gut damit würde ich sagen dass das mit dieser folge war wenn es euch gefallen hat auf jeden fall den like das abo und da halt die glocke nicht vergessen schreibt auch gern kommentar es würde mich sehr freuen wie auf das video halt gefallen hat oder ob ihr wünsche habt wenn ihr wünsche habt kommt gerne auf meinen discord da könnt ihr die dann in den wünsche chat reinschreiben und ja bis dann ciao so 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 Vielen Dank.